Maruna, hallo! Achso, soll ich auch... Hallo! Maruna, wir machen heute ein klassisches Nicht-Lachen-Video. Das sind meine Lieblings-Videos, let's go! Ich darf lachen, du darfst nicht lachen. Du kannst 500 Euro gewinnen. Jedes Mal, wenn du lachst, wird von den 500 Euro 100 abgezogen. Falls du verlieren solltest, gibt's eine Bestrafung, die ich am Ende des Videos erkläre. Okay, ich bin bereit. Das Nicht-Lachen. Das heißt, sobald du Zähne zeigst, beim Grinsen, ist für mich ein Lachen. Let's go, ich bin sowas von bereit. Ja, und bin... Let's go! Okay, nicht lachen, du darfst nicht lachen, ich darf lachen, easy. Gutes Edit, gutes Edit. Mal gucken, ob man überhaupt lachen muss. Boah, dieser Handy-Sound, der kriegt mich. Ich bin wirklich, ich setze im Zug und irgendjemandes Handy klingelt und ich muss lachen, wegen dem Sound. Einfach nur wegen diesem... Tief, okay. Alles gut. Okay. Oh. Schnelle Drehung. Oh ja, das kennen wir schon. Das haben wir eben auch gesehen. Ja, das haben wir eben gesehen. Ja, alles gut. Hä? Oh wow. Das ist so richtig, so Clown-Humor. Ja, das ist eigentlich Boomer-Humor, würd ich sagen. Was geht ab? Schadensfreude wieder ganz groß. Oh oh, das wird nicht klappen. Ja. Ich glaub, den Jungen hat's mehr wehgetan. Hat's beiden wehgetan. Oh. Lecker Kleid. Ja. Oh. Davor würde ich aber Angst haben. Oh. Oh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh Er wirft es einfach hin? Nevermind, Alter. Katzen. Bis jetzt doch gar nicht gelacht, Maluna, ne? Du bist stark, du bist stark, du bist stark. Okay. Ich hab mich ein bisschen erschrocken. Die unerwarteten Sachen sind schon ein bisschen witziger, aber immer noch nicht auf dem Level, wo ich lachen müsste. Oh, da oben rechts, den guckt ich voll oft. Er schreit jetzt, ne? Okay, okay, ich wüsste lachen. Aber das hört sich irgendwie auch ein bisschen gut an. Das passt irgendwie. Das war echt gut. Okay. Mhm. Oh. 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 Mhm. Moin, moin. Hello, Duck. My name is human name. And I'm going to pick you up now. Place your hand firmly underneath the duck, palm side up and lift. Congratulations. You're now on the top. Oh. Süß. Ah, da ist Schuhe an. Fussig. Nein, da ist einfach nur das. Dopp, dopp. Hold up. Süß. Why are you disrespecting me, Roth? My mistake, original gangster. No, this cannot be forgiven. Now empty the compartments of your pantaloons. For what purpose? And discard of your foot furrows, man. Perfect. In fact, I am equipped to summon the one casually no and a little palace windowed buffoon, so... Ah. Wow. Warum? Oh. Hä? Was für ne Logik ist das? Ja. Random. Random ist gleich lustig. In der Meme-Welt. Deswegen. Ja, das stimmt. Weiß nicht. Aber sie sieht happy aus. Oh. Haha. Ja, das kenn ich aber von TikTok. Wenn sich die Leute damals, die diese Kunstwerke gemacht haben, mal denken könnten, oder wenn sie mal auf die Idee gekommen wären, dass heutzutage nach, keine Ahnung, hunderten von Jahren Leute sowas mit ihren Werken machen. Hä? Hat sich gelohnt, du! Oh! Nein! Was? Kann man ja wieder Schmelz aufwärmen. Kurz in die Mikro. Ja, mit Feuerzeug oder... Kurz in die Mikrowelle. Was? Oh. Ja. Ich bin nicht gut in den Games, also... Sie sieht aus... Also irgendwie sieht das Outfit aus wie Lara Croft. Oh. Hat sie es kaputt gemacht? Ja, sorry. Sieht echt aus wie Lara Croft. Irgendwas an dem Outfit, ja. Oh, okay. Wow. Oh. Maluna, ich bin verwirrt. Was machst du? Was ist das? Was habe ich mir gerade angeguckt? Ja, sein Hemd ist jetzt beisch. Statt weiß. Hat er auch was. Ja. Maluna, ich krieg dich nicht gebrochen. Okay, einmal habe ich gelacht. Was ist hier los? Ja. Hast du? Doch. Vincent? Schwul zurück. Okay. Okay, ich wüsste lachen. Ich wüsste lachen. Sind es nur noch 400 Euro? Ja, ja. It looks like... Ach so, die reflektieren halt anders, ne? Oh. Sind das? Das Baby, Sam. Also Puppen, ne? Nein, echt doch. Maxi. Okay, wir beide gehen. Ja. Ich kann mir das kaum vorstellen, irgendwie. Als ob das so krass verwirrt hat. Ich auch schon, doch. Ach so, ich habe gerade wirklich 10 Sekunden gebraucht, um zu verstehen, was er macht. Ja, ja, ja. Ja, ja. Alles gut, Maluna? Alles gut, Maluna? Alles gut, Maluna? Ich habe das Gefühl, du stehst noch halb. Ja, es ist auch mitten am Morgen, Alter. Es ist 15 Uhr am Nachmittag. Gegen wen oder was kämpft er? Sieht nach einem starken Gegner aus. Also, er fühlt es auf jeden Fall. Ich würde gerne das Spiel gerade sehen. Also, ich würde gerne sehen, was er sieht. Alter. Alter. Er zeigt Einsatz. Er hat Spaß. Oh mein Gott, ich will auch eine VR. Oh mein Gott. Oh mein. Oh, hauli. Okay, wait, hold up. Oh. Wahnsinn. Und mit dem Handy abgeworfen auch. Oha. Aber es hat richtig gut funktioniert. Okay, ja, okay. Der Fall war... Oh nein, jetzt hör doch auf! Ich kann das aber ein bisschen nachvollziehen, so wenn man gerade aufsteht aus dem Schlaf und dann irgendwas passiert, dann kriegt man schon einen Halbschlaf. Bei mir ist es so, man kann mich im Schlaf alles fragen, mit mir reden, mit mir in Gesprächen. Ich antworte ganz normal. Am nächsten Tag erinnere ich mich aber nicht. Bei mir war es halt letztens auf Madeira, war es halt so, dass ich halt wach geworden bin durch ein Erdbeben. Stufe 5 irgendwas, keine Ahnung. Oh Gott. Und ich dachte, was geht ab? Voll schockiert so und dann... Ja, klar, klar. Man ist ja auch noch so im Halbschlaf, weiß nicht genau was passiert. Was ist das? Weiß ich nicht. Aber es ist alles verraucht, da. Prank'em, John. You're already dope. Oh. Oh. Oh, nee. Weiß nicht. Die Stelle bei Elden Ring hatte ich noch nicht, leider. Die ist anders. Die ist... Mhm. Der... Also... Ich wäre nicht gerne der, der da gerade rechts steht, ne? Ich hab... Ich hab Angst um ihn. Das geht doch... Ich fällt mir in die Hose! Also... Ich hab alles um mich herum kaputt gemacht. Oh. Oh. Ich hatte Schmerz gespürt kurz. Ich hab vorher unten zusammengezogen. Ja. Ja. Zielsicher auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. Geh dich mal hinter der Gardine verstecken. Ja, ja. Grund Nummer 37. Warum Frauen länger leben als Männer? Ah. Sehr, sehr, sehr effektive Strategie, ich sehe. Ja. Mhm. Das wirkt... Das kann so funktionieren. Das ist gut. Wie cool! Was ist die Lustige? Ich bin voll jealous! Ich bin auch! Ohhhh! Was? Es hat geklappt! Es hat geklappt! Es hat geklappt! Es hat geklappt! Oh, direkt die Bodyguards haben... Oh, wie süß! Wait, hold up! Hold up! Wie süß die denn? Ich weiß... Okay, ach so, die wollten ihn beschützen. Ach so, ich dachte, sie wollten ihn besteigen. Ach so. Das wäre ein Plot-Tritz, aber ich glaub, sie wollten ihn wirklich beschützen. Ja, ja, die wollten ihn, wir wollten ihn heute nur beschützen. Für Dino und ihr nicht. No way! Oh, wie gemein! Ich wollte nur versuchen, was das Wort ist. Hm. 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 No, es ist nicht süß. Es ist nicht süß. Es ist nicht süß. Kannst du das? Ja, du kannst es. Du kannst es? Ja. Der ist auf einer ganz anderen Spur. Es ist nicht süß. Hm. Hm. No. Not in its natural raw form, no. Can you buy the store? No. But you can grow it. But you can grow it. But you can grow it. Hm. Hm. Wow. Hast du schon mal Booty gegessen? Ja. Ich? Achso, nein. Das war... Nein. Same. Absolutely not. Hab ich nicht. Nee, hab ich nicht. Hab ich wirklich nicht. And you will never, never consume it? Absolut. Hä, aber warte, ich bin grad verwirrt. Man sagt doch auch manchmal, eat the booty, aber du isst ja den Booty nicht quite, also, nicht wirklich. Hm. Sag es. Mit dem Booty. Mit dem, hm. Ja. Ich glaub... Also, dann kannst du es ja eigentlich nicht essen. Nee. Richtig essen. Also, man kann es halt ablecken, probieren. Okay, aber meint sie jetzt mit Essen so Kannibalismus-Style essen, so braten? Ich glaube, ich glaube nicht ganz, nee. Okay, 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 ja. Schwierige Situation. Oh. No. What? Is it a body part? It is a body part. Oh. Ah, 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 weird, weird, weird. 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 Is it on me or me? Na dran. It's on both of us. Ja, aber... Ey, was ist doch... Sie antwortet... Das müssen ja Nein-Fragen sein. Okay, ich musste schmunzeln. Ich mag seine Reaktion. Why would I act if it's animal? Like, they're acting as a body part of me. Is it animal? Wie süß. Okay, Manuna, du hast gewonnen. Oh mein Gott, ich möchte meiner Mama, meinem Papa, Maxify, allen möglichen Menschen, sagen, ich nehme mir diese 200 Euro und wir schieben sie zurück zum Menschen. So. Nein, das geht nicht. Dann spenden wir das Geld eben. Okay. Wir spenden die 200 Euro. Ja, wir spenden die 200 Euro. Leute, das war's mit dem Video. Lasst gerne dann doch um und ein Abo da. Schaut mal an Luna vorbei. Sie hat's geschafft, gar nicht zu lachen, was halt sehr so strong ist. Also, Chat. Chat. Oh, ich bin im Stream. Yeah, der Chat. Kommentarsektion. Habt ihr denn gelacht? Was sagt man denn? Schreibt's mal in den Chat, wenn ihr gelacht habt. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Rargh. 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 Rargh.